so grüßt euch freunde hupsal ich habe mir diese wundervolle star trek naja plakette es ist ja eher das schild was auf der brücke von der juristische an der wand hängt bestellt von igel moss hat jetzt war jetzt im super sonderangebot also musste ich sie mir abgreifen weil ich damals auch die ganze aktion mit den igel moss modellen verpasst habe also muss ich mir die jetzt alle separat kaufen jetzt wollen wir uns das ding mal angucken also es fühlt sich schon mal relativ schwer an vielleicht werde ich mir auch direkt noch ein paar mehr davon bestellen ich finde die einfach nur mega gut ich bin auch absoluter voyager fan muss ich sagen ich brauche was zum aufschnibbeln okay das stumpfste ever genommen ja wie gesagt ich bin auch absoluter verdammt der scheiße weißt du sonst habe ich immer ein messer am start okay jetzt dauert es dann doch mal zwei sekunden weil ich bin einfach zu unvorbereitet an die ganze sache herangegangen so hier haben wir sie weiß gar nicht aus welchem material sie sich auf jeden fall mega wertig an super geiles teil ich liebe sie jetzt schon was steht hier unten drauf 2015 cbs studios made in china okay sie fühlt sich auf jeden fall mega wertig an ja so sieht das gute stück auf jeden fall aus mega geil ich werde euch das unten drin verlinkt ich habe glaube ich 9,50 euro bezahlt wenn ich mich nicht irre mal schauen ob ihr die vielleicht auch noch bekommen könnt wenn ihr das video relativ frühzeitig seht oder vielleicht kaufe ich sie auch alle weg und dann hat sich das erledigt nein ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag diese plakette bleibt auch einfach mal direkt hier stehen link ist unten runter lassen wir gerne einen kommentar da bis denn dann ciao